Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Mein erstes Ziel ist eigentlich, dass ich mich nicht verletze hier bei dem Spiel. Wie viel ich dann treffe, wie gesagt, Grischa würde ich schon gerne an Grischa rankommen, aber werden wir sehen. Ja, der Erste war erstmal zum Eingewöhnen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber so habe ich eigentlich alle getroffen. Der Blaue ist eigentlich auch fast drin. Ich bin zufrieden, ist okay. Ja, der Werner ist eigentlich, dass ein Schmutz in der Geräте lebt. So haben wir einen Schmutz in der Geräte, die auf der Gäste und der Erste und Erste und Ansturge die Aufmerksamkeit. So haben wir noch mal.